Hallo, ich bin der Axel und heiße euch auf der Baustelle in Hochheim am Main herzlich willkommen. Was Sie hier im Hintergrund sehen, ist die alte Fischaufstiegsanlage in Hochheim, die überarbeitet wird und durch eine parallel dazu verlaufende neue Fischaufstiegsanlage verbessert wird. Was heute speziell war, ist, dass wir einen Spundwandkasten in den Bereich eingesetzt haben, wo der neue Einlauf dieser zweiten Fischaufstiegsanlage entstehen soll.